Dieses Jahr sind wir mit deinem Kurs- und Wundern-Festival in einer neuen Location, dem Haus Dreiklang nahe Bonn. Jetzt, liebe Feiern, ist dein Community-Event und jeder ist herzlich willkommen. Alle Vorträge werden auf Deutsch gehalten oder übersetzt, Vollverpflegung ist bei deiner Übernachtung dabei. Sei herzlich willkommen vom 2. bis 6. Juni vor Ort oder auf Zoom. Meld dich jetzt an unter wunder-festival.de